Ja und hier mal ein kleines Video über die beiden wichtigsten Sachen die es gibt in der Kampfsport und Kampfsgeschichte. Nämlich einmal Pratzentraining und einmal Sparring. Leute, die euch was anderes erzählen. Also hier möchte ich einen Großmeister, die behaupten, ihr könnt Kämpfer werden, ohne dass ihr sowas macht, was die da machen. Spinner und Pussys. Pussys, weil sie ganz einfach Angst haben, dass es ihr wehtun könnte, wenn die mal sowas machen. Und Spinner, weil sie ganz genau wissen, dass ihre ganzen tollen Techniken überhaupt gar nicht umsetzbar sind. Wenn sie mal jemanden fehlt haben, der sich auch bewegt und der auch mitschlägt. Glaubt bloß nicht so den Leuten. Das sind alles Blender. Kämpfen lernt man nur, wenn man kämpft. Das muss ja schon der klare Menschenverstand sagen. Also in dem Sinne Folge. Ja... Ja Jamme L Alright, so ich will sie… ...und dann lange und so sehr Pis. Musik Musik Komm mal, der bewegt sich zur Seite, soll ich es vielleicht auch machen. Musik 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 Das war ein bisschen was hier. Das war's. Das war's, was ich? Das war's, das war's. Das war's. Musik Kommen wir da vorne, ich bin so weit zurück. Ich hätte die Mocken gesehen. Schmutzarbeit. Wie sieht das? Wenn ich den Kopf die Tektor noch hätte. Ich kann mich tiefer ansetzen, wenn du im Tektor bist. Und auch vor der Greenfighter rein. Die royzeit planer ich sie sich auf auf der Straße. Wie viele Frauen macht die B-Seins. айagin. Ich bin so schnell rein. Bergen Sie. Ich hab noch niemals. Das ist die ganze Zeit. Ich bin so schnell und erreichen. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell und so schnell. Ich bin so schnell, ich bin so schnell und so einfach. Das war's für heute.